Was ist eigentlich die Blende und was ist eigentlich die Blendenzahl? Ja, darum geht es in diesem neuen Video heute und damit herzlich willkommen zurück zum kleinen Fotokurs heute mit dem Thema Blende und Blendenzahl und was das Ganze eigentlich zu bedeuten hat. Wir hatten ja die letzten Male immer dieses Dreieck, wo wir so ein bisschen eingeordnet haben, wo wir uns gerade befinden, wenn man so ein bisschen sagt, okay, sind wir im Gestaltungsbereich, sind wir im Qualitätsbereich oder sind wir im Geschichtsbereich. Wenn wir jetzt hier bei der Blende anfangen, fangen wir im Qualitätsbereich an. Und wir lernen heute, was ist die Blende, was ist die Blendenzahl und welche Zusammenhänge sollten wir unbedingt wissen. Also was man öfter hört, ist mit der Blende machst du dein Bild heller. Das stimmt nicht so ganz, weil die Blende ist ja tatsächlich einfach die gedunkelte Bild ab. Das heißt, wenn man die Blende verändert, also die Größe der Blende, den Durchmesser, dann wird es dunkler auf dem Bild. Man kann maximal mit der Blende den Lichteinfall beschränken. Das heißt, ich kann also nichts heller machen, sondern ich habe ja nur das Licht, was echt da ist und mehr gibt es dann auch nicht. Also die Blende kann kein Licht herzaubern. Wenn man von der Blende spricht, spricht man oft von der Blendenzahl. Und das ist übrigens auch die Zahl, die auf eurem Objektiv draufsteht mit dem F. Da wundert man sich dann manchmal so, man hat jetzt ein richtig überbelichtetes Bild, aber da steht jetzt, keine Ahnung, 1,4 und dann dreht man das rum. Dann hat man 22 und dann wird das Bild aber viel dunkler. Wie kommt das? Das kommt dadurch, dass sich die Blendenzahl folgendermaßen berechnet. Die Blendenzahl k ist die Brennweite durch den Durchmesser der Blendenöffnung. Das bedeutet, je größer die Blendenöffnung wird, desto kleiner wird die Zahl. Ich kann bruchrechnen, da muss ich jetzt gerade nochmal kurz nachdenken. Ne, aber so ist es. Also das heißt, die Blendenöffnung lässt mehr Licht rein, dann wird der Nenner größer und somit die Zahl kleiner. Wie eben erwähnt, ist die Blendenzahl die Zahl, die auch auf eurem Objektiv steht. Und zwar die kleinste Blendenzahl, die man eben erreichen kann, steht auf jeden Fall drauf. Also wenn da jetzt steht 35mm f1.4, dann weiß ich, okay, 1.4 ist die kleinste Blendenzahl, mit der ich fotografieren kann. Das heißt, es ist die weiteste Öffnung der Blende, also weiter auf geht sie nicht, lässt das maximale Licht rein, heller wird es nicht. Was übrigens auch spannend ist, wenn wir uns die Gleichung nochmal angucken, da ist hier die Brennweite nochmal mit drin. Und wenn ihr nochmal überlegt, im letzten Video hatten wir ja gesagt, wenn wir einen weiten Winkel haben, also praktisch eine kurze Brennweite, kommt mehr Licht rein, als wenn wir eine lange Brennweite haben, weil wir dann einen kleineren Winkel haben. Und genau das sehen wir jetzt hier auch wieder bei der Blendenzahl. Wenn wir von Blende sprechen, beziehungsweise von Blendenzahl, sprechen wir auch immer von der Tiefenschärfe. Weil die Blende, beziehungsweise die Blendenzahl eben nicht nur dafür da ist, um den Lichteinfall auf den Sensor zu beschränken, sondern die Blende ist ebenfalls ein Gestaltungsmittel und wirkt sich auf die Tiefenschärfe, beziehungsweise die Tiefenunschärfe unseres Bildes aus. Was ist denn die Tiefenschärfe? Ja, wenn wir uns unser Bild vorstellen, können wir uns das auf so einer Art Ebene vorstellen. Das heißt, wir haben eine scharfe Ebene und wir haben dann intendran, wo wir nicht mehr auf dem Fokuspunkt sind, wieder die Unschärfe in beide Richtungen. Wie groß die scharfe Ebene in der Mitte ist, hängt unter anderem von der Blendenzahl ab. Das heißt, wenn ich eine große Tiefenschärfe habe, habe ich einen großen Bereich, der scharf ist. Wenn ich eine kleine Tiefenschärfe habe, habe ich einen kleinen Bereich, der scharf ist. Das heißt, nur diese eine dünne Ebene und alles davor und dahinter ist direkt wieder unscharf. Aber was hat jetzt die Blendenzahl mit der Tiefenschärfe zu tun? Und zwar folgendes. Je größer die Blendenöffnung, beziehungsweise je kleiner die Blendenzahl ist, desto größer sind auch die Zerstreuungskreise für fast alle Objektive. Das bedeutet, bei sehr kleinen Blendenzahlen werden wir außerhalb der Schärfeebene, also betrachte diese Ebene wirklich als Ebene im Raum. Also wir haben eine scharfe Ebene und alles davor und danach wird sehr schnell wieder unscharf, wenn wir eine sehr kleine Blendenzahl haben. Jetzt haben wir aber natürlich manchmal den Wunsch, dass man im Bild sehr viel Schärfe hat, weil wir vielleicht mehrere Leute auf mehreren Ebenen haben. Also manche sind ganz nah, manche sind ganz weit weg. Übrigens brauche ich das immer bei Hochzeiten, wenn ich Gruppenfotos mache, weil ich dann natürlich nicht nur die vorderste Reihe scharf haben will, sondern alle Leute scharf haben will. Und dann ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich tatsächlich mit einer hohen Blendenzahl fotografiere, weil ich keine Wahl habe, weil ich sonst einfach scheiß Bilder abliefere, weil die Leute wollen ja alle lächeln scharf auf dem Bild drauf sein. Weil das jetzt alles super abstrakt und kompliziert klingt, möchte ich euch das einfach mal ganz kurz zeigen, wie denn die Blende und die Tiefenschärfe in Kombination aussehen. Und zwar schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Also einmal haben wir hier das Foto mit Blendenzahl 11, dann mit Blendenzahl 8, dann mit Blendenzahl 5, dann mit 2,2 und dann mit 1,4. Die Belichtung auf dem Bild habe ich natürlich ausgeglichen, aber die Blendenzahl alleine macht schon einen riesigen Unterschied. Und ihr merkt natürlich offensichtlich, dass es ein riesen Gestaltungsmittel ist, was man mit der Blendenzahl machen kann. Also ich bin ja persönlich sehr darauf versessen, mit meinen Objektiven fast immer super offenblendig zu fotografieren. Ich denke mir auch, ich gebe ja nicht ultra viel Geld für so ein Objektiv aus, was einfach eine geile Lichtleistung hat, damit ich es nicht benutze. Ich finde auch den Look mega schön, also 85mm 1,2 liebe ich einfach, 35mm 1,4 hoffentlich bald 1,2 irgendwann mal, wenn Canon dieses scheiß Objektiv rausbringt. Und natürlich auch das 2870 2,0 habe ich gekauft, was ein 2870 2,0 ist und das mich einfach so beeindruckt hat und es einfach so geil ist. Aber, muss an der Stelle auch sagen, man braucht es nicht immer und voll viele finden es auch gar nicht so schön, wenn man so viel Unschef im Bild hat. Ich persönlich mag es halt einfach super gerne, weil ich einfach den Look liebe. So, jetzt fassen wir die ganze Sache nochmal ganz kurz zusammen. Also, die Blende hat zwei Aufgaben. Zum einen kann sie das Licht beschränken, was auf unseren Sensor fällt und sie kann als Gestaltungsmittel dienen, weil wir natürlich unsere Bilder gestalten können und bestimmen können, wie viel Unschärfe wir im Bild haben. Mit unserem Wissen von dem letzten Video wissen wir auch zum Beispiel mit der Brennweite, wie wir da mehr Schärfe oder Unschärfe aus dem Bild rausholen. Deshalb schaut euch das gerne nochmal an und wenn wir alle diese Gestaltungsmittel zusammen nutzen, können wir genau das erreichen, was wir uns wünschen. Und ich denke, das ist ja auch das Hauptding beim Fotografieren. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war ein bisschen lehrreich. Wenn ihr möchtet, abonniert gerne diesen Kanal, wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.